Thomas Gottschalk und seine Carina waren der Hingucker bei der Opernpremiere der diesjährigen Festspiel-Saison in Salzburg. Mit viel Prominenz stand am gestrigen Donnerstag, 27. Juli 2023, die Premiere von Figaro's Hochzeit auf dem Programm der Salzburger Festspiele. Für besonders viel Blitzlichtgewitter an der Salzach sorgten vor allem Entertainer Thomas Gottschalk, 73, und Carina Maross sowie Volkswagen-Großaktionär Wolfgang Porsche, 80, und Gabriele Prinzessin von Leiningen, 60., Thomas Gottschalk und seine Carina strahlen für die Fotografen. Gottschalk feierte nach seiner Abwesenheit in den letzten Jahren ein Comeback an der Salzach. Die TV-Legende kombinierte zu einer schwarzen Fliege und bunt Faltenhose einen schwarz-weiß gemusterten Bläser. Carina zeigte sich in einem zartrosa, hochgeschlossenen Kleid mit silbernen Akzenten. Strahlend posierten sie für die Fotografen. Gabriele Prinzessin von Leiningen entschied sich dagegen für ein kräftigeres Pink und ein Kleid, das mit auffälligem Muster das Dekolleté in Szene setzte. Porsche setzte ganz klassisch auf einen schwarzen Smoking. Der Unternehmer hatte erst im Frühjahr die Scheidung von seiner Frau Claudia eingereicht. Weitere prominente Gäste. Auch der österreichische Baulöwe Richard Mörtel-Lugner, 90., ließ sich das Event nicht entgehen. Der 90-Jährige kam in Begleitung seiner Ex-Partnerin Karin Zebra-Kara. Die beiden hatten sich im September 2020 nach drei Jahren Beziehung getrennt. Zu den weiteren Gästen gehörten unter anderem der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer, 50., Österreichs Bundespräsident Alexander van der Bellen, 79. Auch RTL-Moderatorin Katja Burkhardt, 58, und ihr Ehemann, Medienmanager Hans Mahr, 74, sowie Schauspielerin Anja Kruse. 66, kamen zu der Veranstaltung. Die Salzburger Festspiele finden seit 1920 statt und zählen weltweit zu den wichtigsten Musik- und Theaterfestivals. 2023 werden 179 Aufführungen in 43 Tagen an 15 Spielstätten auf die Bühne gebracht.